Mama, 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 Hallo, liebe Katzen, hier ist wieder Katakale. Ich wollte mir mal die Abonnenten bedanken, dass es mal mehr werden. Und dass sie mich alle so gerne mögen, meine liebe Schau, die ich zur Schau stelle. Meine Filme macht bitte so weiter, hört nicht auf. Ich höre auch nicht auf, Frauen zu ärgern und Spaß zu haben mit ihr. Aber ich finde es ganz nett, dass ihr uns unterstützt. Und ich freue mich sehr doll, wenn es mal mehr werden. Und so mehr Spaß haben wir, und so mehr Videos gibt es von mir. Also schön auf Abonnieren klicken. Und so mehr gibt es Katakale. Und Frau, wenn wir wissen, geht es auf die Tatte-Knöpfe, die ist nämlich zu Hause. Und macht sich wieder den Lärm schaukeln. Da können wir euch helfen. Den schau ich wieder draußen. Also ich wünsche euch noch schönen Abend. Und vielen Dank für die ganzen, für die überliebten Abonnenten. Tschüss. 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 Vielen Dank.